Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen. Heute werde ich ein paar Medium-Mechs empfehlen, wo ich sage, das kann man als Sniper-Mech umbauen. Im letzten Video habe ich ja schon zwei Light-Mechs empfohlen. Es war eine Empfehlung gewesen, aber ich sagte auch da bereits schon, dass sich andere Mechs sich eher dazu empfehlen würden, als Sniper-Mech oder als Sniper-Klasse eingesetzt zu werden. Hier kann man nochmal einsehen, was der Mech alles mit drin hat. Guardian, ECM, Backup-Waffen wäre dann hier Medium-Laser und SRM-2, RPPC, Jumpjets, XL-Engine, wo ich dann 113,4 kmh schnell bin. In einer Mindestreichweite oder in der Optimal-Range habe ich schon einige Kills hiermit gemacht. Das höchste, was ich geschafft habe mit dem Assassin waren drei Kills. Also ich habe es jetzt noch nicht versucht mit irgendeinem Mech in der maximalen Range irgendwo einen Kill abzustauben. Also das habe ich bis jetzt noch nie groß ausprobiert und ich habe es auch noch nie geschafft. Auch im letzten Video habe ich es nicht so hinbekommen. Jedenfalls nicht mit einem Light-Mech und wenn mit einem Medium-Mech, dann sollte er schon Double-PPC mit drin haben, dann wäre es eventuell möglich, einen Kill abzustauben. Auch eventuell unter anderem Solo, aber dann wäre man wahrscheinlich unter anderem auch ein sehr guter Spieler. Also vom Bauchgefühl her würde ich schon sagen, dann wäre man ein guter Spieler, wenn man das auch alleine hinbekommt. Und wenn man es mit einer Engine, mit einem PPC hinbekommt, ist man noch besser. Also ich weiß es nicht. Es ist so unwahrscheinlich, dass man mit einem PPC in der Maximalreichweite von AirPPC einen Kill bekommt. Ich vergleiche hier gerade, was hier am besten ist. Also ich habe hier eine XL-Engine, 14 Tonnen Schwert, 113,4 kmh schnell. Ich schaue gerade, welche Light-Engine sich hier am besten empfehlen würde. Sollte auf jeden Fall gut abgestimmt sein. Nicht, dass ich jetzt kein Fan bin von der XL-Engine, aber die Light-Engine finde ich in vielen Dingen einfach interessanter. Auch wenn die Geschwindigkeit dann hier ein bisschen runter geht, muss ich doch dennoch sagen, dass die XL-Engine besser eingebaut ist bei einem Mech, der jetzt mehr im Fernkampf ist, sprich ein Artillerie-Mech oder halt, also mit LRM oder ein Light-Mech, der extrem schnell ist. Aber ansonsten bin ich da nicht so der große Fan von, was eine XL-Engine betrifft. Gut, ich habe jetzt hier 113,4 kmh schnell bin ich jetzt hier mit dieser Engine. Also ich habe jetzt eine 18 Tonnen schwere Light-Engine mit reingenommen. Einmal ein RPPC. So, und dann schauen wir mal, welche Backup-Waffe hier noch mit reinkommt. Ich denke mal, Small Pulse Laser würde sich hier am besten empfehlen. So, was könnten wir hier denn noch mit reinnehmen? SRM wäre eine Möglichkeit. Am besten nehmen wir hier... Gut, MRM wäre auch nochmal so eine Möglichkeit. Kann man machen. Aber ich würde doch eher für SRM tendieren. Weil SRM und von der Tonnage her muss das Ganze ja auch passen. SRM verbraucht nicht so viel Tonnage. Dann dazu noch ein Guardian-LCM und jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Munition habe für SRM. Aber, weil ich hier mein Guardian-ECM mit drin habe, würde ich dann doch schon auf ein SRM versichten und dann baue ich noch eine Tonne SRM mit rein und dann passt das schon. Ich glaube, so ist es am besten. Ja, so würde ich das machen. SRM, Small Pulse Laser als Backup, Waffe zweimal, RPPC. Und so speichere ich das Ganze auch ab. Ich werde das jetzt natürlich nicht sofort ausprobieren, aber falls ich mal Interesse habe, dann werde ich dazu auch eine Aufnahme machen und das Ganze hochladen. Ich kann jetzt noch nichts versprechen, wann ich das genau machen werde. Da sind nämlich mehrere Mechs, die eine schöne Bewaffnung haben, was natürlich einiges Sensibles kostet und ich möchte erstmal andere Mechs kaufen, bevor ich hier für jeden Mech mir eine neue Bewaffnung hole. Aber so gesehen kann ich das so weiter empfehlen, auch wenn ich das nicht jetzt alles ausprobiert habe. Nicht alle Varianten, die ich jetzt hier vorschlage, habe ich selber ausprobiert, aber vom Bauchgefühl her würde ich das so schon mal ausprobieren. So, ich mache mal hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich. So, als nächstes hätten wir hier die King Crab, sehr überraschenderweise. Also das wäre jetzt nicht so der Sniper Mech. Aber ich hätte da schon eine Idee, das werde ich euch einmal kurz zeigen, was man hier noch mit reinnehmen könnte. So, ich habe das Ganze noch nie ausprobiert, aber ich finde die Variante schon sehr interessant. So schaut das momentan aus. LB5X. Die XL Engine muss hier auf jeden Fall noch raus. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil eine neue Engine zu kaufen ist sehr teuer. Ich würde eher so eine Light Engine hier mit einbauen. Oder eine Standard Engine. Eins von beiden. Ich glaube, eine Standard Engine ist hier auf jeden Fall besser, weil ich ja mit dem Mech in den Nahkampf gehe. So, und das wäre dann hier, genau, hier muss auch die XL Engine raus. Ehrlich gesagt, ich sehe hier keinen großen Unterschied. Ach doch, genau, die Panzerung. Hier ist die Panzerung ein bisschen anders. Ja, jetzt sehe ich da schon den Unterschied. Ich habe es nicht sofort erkannt. Hier ist die Panzerung mehr nach vorne geschoben. Okay, dann kommt jetzt hier einmal meine Variante. In dem Fall wäre dann hier wirklich das Light PPC eher so eine Art Backup-Waffe. Ich weiß nicht, ob das die beste Variante ist für die Crab. Muss man einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich bin sehr experimentierfreudig. Aber man wird sehr schnell sehr viel Hitze generieren. Aber wenn die Ziele etwas weiter weg sind, dann wird sich die Light PPC schon bemerkbar machen. Klar. 1240 Meter. Genau. Im vorletzten Video habe ich ja das mit dem alten Mech einmal kurz gezeigt. Oder im letzten Video. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, in welchem das war. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr. Weil ich ja RPPC mit reingenommen habe und AC5. Ich glaube, das war mit dem Blackjack. Ja, müsste mit dem Blackjack gewesen sein. Also im vorletzten Video. Und da habe ich nicht drauf geachtet. Obwohl ich dann trotzdem Damage gemacht habe. Gut. 10 Meter etwas weiter entfernt. Auch hier müsste dann die XL-Engine wieder raus. Ich mache jetzt hier gleich mal einen Schnitt. So. Als nächstes haben wir hier den Enforcer mit Unit-Anstrich. Wie man hier sehen kann. Wie gesagt, Unit-Anstrich ist immer sehr individuell. Für diejenigen, die unserer Unit noch beitreten wollen. Da kann man... Aber dazu habe ich schon bereits ein Video gemacht. Ich finde das so im Großen und Ganzen gar nicht mal so schlecht. Das wäre hier die Standardvariante vom Enforcer. Ich würde nur die Munition vom AC20 woanders verschieben. Und da haben wir die 33,2 an Damage und 81 kmh schnell. Die Panzerung ist auch vollkommen okay. Also den Enforcer würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. So. Da hätten wir die erste Variante. AC5. Ich habe es noch nie ausprobiert. Und Light-PPC als Backup-Waffe. Ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn euch jetzt ein Light-Mech abfangen möchte. Und als Sniper in der Maximal-Range würde ich damit auch nicht unbedingt abfeuern. Das ist eher so eine Bewaffnung für die Optimal-Range. Man kann natürlich jetzt noch eine AC5 rausnehmen und es etwas anders machen. Oder aber... Was auch noch möglich wäre. Ich nehme da aber am besten erstmal alles raus. Am besten PPC mit reinnehmen. Ich meine, ihr könnt natürlich auch eher PPC mit reinnehmen, so wie es euch am besten beliebt. Wie gesagt, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wie man jetzt als Sniper fungieren möchte. Double Heating auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Und wenn ihr darauf besteht... Gut, hier würde ich das PPC nicht mit reinnehmen. Ich habe es jetzt aber trotzdem gemacht. Wenn ihr darauf besteht, dass der Gegner noch AC5 reingedrückt bekommt oder LBX, damit Cockpit so am Schütteln ist, könnt ihr das natürlich auch als Bewaffnung mit reinnehmen. XL-Engine ist schon sehr gewagt. Also das ist eher was für Leute, die bei Tier 3 bis Tier 1 unterwegs sind. Und für diejenigen, die jetzt nicht so gut sind, wäre wahrscheinlich eine Light- oder Standard-Engine etwas besser. Natürlich muss man dann mitbedenken, dass ihr nicht so schnell unterwegs seid. Ihr wollt ja als Sniper fungieren. Und da könnt ihr euch das ja auch generell nicht erlauben, in den Nahkampf zu kommen. Das heißt, die einzige Backup-Waffe, die ihr jetzt habt, wenn euch ein Light-Mech jagt, wäre das hier mit dem AC5. Aber wie gesagt, jetzt habe ich dafür gar keine Munition gehabt. Das wäre also auch nicht so die Möglichkeit gewesen. Aber gut, dann hätte ich eine andere Idee. Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich an der Stelle es doch etwas anders gemacht hätte. Aber um das einmal zu zeigen, wie es so ausschaut, habe ich das PPC hier im linken Arm mit reingenommen. Tatsächlich würde ich aber PPC hier im Torso-Bereich mit reinnehmen. Im Torso-Bereich PPC mit reinzunehmen oder zweimal PPC im Torso-Bereich mit reinzunehmen ist besser, als wenn PPC im Arm drin ist. Also so gesehen ein Double-Heat-Sink noch im linken Torso mit reinnehmen, sodass ich zwei Double-Heat-Sinks im linken Torso-Bereich drin habe. Und die zwei PPCs hier im linken Torso-Bereich. So ist es auf jeden Fall um einiges besser, weil ihr dann mit den Armen schilden könnt. Und wie gesagt, es ist sehr gewagt. Hier mit der XL-Engine ist es eher etwas für erfahrene Spieler. Aber sonst würde ich schon sagen, sollte man den Enforcer jetzt nicht unterschätzen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Bewaffnung, mit jeder anderen Bewaffnung schon. Aber bei der Bewaffnung sollte man schon, wenn man wirklich so eine Sniper-Klasse spielt, schon ein sehr erfahrener Spieler sein. Aber irgendwann fängt man trotzdem an, egal in welchem Tierrang man unterwegs ist. Spielt nämlich gar keine Rolle. Wenn ihr eine Sniper-Rolle spielen wollt, egal welcher Tierrang ihr jetzt momentan aktuell seid, dann probiert diese Variante mal aus. Nur, dass ihr PPC hier im linken Arm im Torso-Bereich mit reinnehmen sollt, weil ihr dann mit dem Arm schilden könnt. Es wäre auf jeden Fall empfehlenswerter. Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Kombinationen, die man nutzen könnte. Zum Beispiel AC5 und dann noch als PPC am besten. Generiert nicht so viel Hitze wie RPPC. Ich finde beides im Übrigen toll. Ich sag's mal so, wenn ihr Backup-Waffen habt, so wie ich das jetzt hier mit reinnehme, dann ist es auf jeden Fall schon klar, dass man PPC mit reinnehmen kann. RPPC ist eher so, hm, ich brauch keine Backup-Waffen. Aber ich würde auch mit RPPC Backup-Waffen mit sich führen. Aber bei PPC, wenn ihr nur PPC mit reinnehmt, dann sind Backup-Waffen noch umso wichtiger. Vorteil und Nachteil. Also PPC ohne Backup-Waffen geht gar nicht. So, jetzt habe ich hier eine Standard-Engine mit rein genommen. 79,3 kmh schnell. Das wäre eine Möglichkeit. So könnte man das auch spielen. Allerdings brauche ich noch eine Tonne für AC5. Moment, 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 Moment. Tatsächlich würde eine Tonne schon vollkommen ausreichen. Aber mal schauen, was ich jetzt hier machen werde. Ich nehme jetzt hier die Panzerung wieder raus. Also wie gesagt, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zwei Tonnen AC5 mit reinnehmen oder nur eine Tonne. Auch eine Tonne reicht schon vollkommen aus als Backup-Waffe. Und wenn man es teilweise auch als Snipe-Geschoss benutzen möchte. Also wenn man mit AC5 auch Snipern möchte, geht es auch. Aber ich würde es eher als Backup-Waffe benutzen. AC5-LBX ist so eine Mischung von beiden. Ihr könnt es als Backup-Waffe benutzen, wenn euch ein Light-Mech jagen möchte. Oder ihr benutzt es auch, wenn ihr PPC benutzt in Kombination. Tatsächlich wäre ich hier... Also das wäre jetzt eine Möglichkeit. Tatsächlich würde ich aber hier noch eine Tonne AC5 rausnehmen. Und noch meinen Small-Puls-Laser mit reinnehmen. Aber ist schon so okay. Ja, 35 Schuss ist jetzt nicht super viel. Aber ihr könnt mit den Skilltrees ja auch nochmal Munition extra mit euch führen. Und ich würde es eher als Backup-Waffe mit reinnehmen. Hin und wieder mal würde ich auch mit AC5 feuern. Wenn es sich lohnt. Also auch aus der Distanz würde ich dann mit PPC das Ganze gemeinsam abfeuern. Jo. Ich glaube, so ist es okay. Dann speichern wir das mal ab. Kann man ein bisschen herumexperimentieren, was einem besser gefällt. Zwei Tonnen AC5 oder eine Tonne AC5. Hast du nur eine Tonne mit dabei, kannst du noch einen Small-Puls-Laser mit reinnehmen. Falls du aber sagst, nee, ich werde mit dem linken Arm mehr schilden. Dann kann man auch vielleicht komplett darauf versichten, was die Bewaffnung betrifft. Dann nimmt man mehr Munition mit rein. Es kommt auf eure Spielweise halt an. Gut, damit wäre das dann hier auch erstmal erklärt. Und dann mache ich hier erstmal einen Schnitt. So, überraschenderweise habe ich jetzt hier die Shadow of Hawk mit reingenommen. So wie mit der Crab. Beides Mechs, die ich jetzt nicht als erstes empfehlen würde, wenn man sich einen Sniper-Mech bauen möchte. Aber als Fun-Bild spaßeshalber einfach mit reingenommen für diese Aufnahme. Ihr solltet am besten im Store reinschauen. Da gibt es einige Medium-Mechs, die sich wahrscheinlich besser für eignen, die Sniper-Rolles zu übernehmen. Die vielleicht sogar besondere Quirks drauf haben auf PPC. Ich weiß nicht bei welchen Mechs. Ich habe da jetzt weder bei den Inner-Sphäre, geschweige noch bei den Clan-Mechs nachgeschaut. Welche davon jetzt besondere Quirks drauf haben. Und so gesehen würde ich das schon so sagen, dass es eher so eine Art Fun-Bild ist. Also der Mech wäre wahrscheinlich mit jeder anderen Bewaffnung besser dran, als mit dem, was ich jetzt hier euch zeige. Zumal PPC im Arm drin ist. Und den Arm benutze ich ja eher zum Schilden. So gesehen, ich kann hier nur mit dem linken Arm schilden. Das Beste ist immer, wenn die Waffen im Torso-Bereich sind und dass ich mit dem Arm immer schilden kann. Und wenn ich im Arm irgendwelche Waffen habe, dann würde ich da überwiegend immer Backup-Waffen mit reinnehmen. So im Nachhinein denke ich mal, das ist so die goldene Regel in jedem Mech-Spiel. Dass man mit dem Arm irgendwie schildet und wegtwistet. Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht nur bei Mech-Warrior Online ist. Weil der Center-Bereich, der Torso-Bereich, das ist so das Herz vom Mech. Und bei Tier 5 sehe ich immer viele Gegner, die nicht wegtwisten, die nicht schilden. Und ja, ich habe jetzt hier Light-BPC mit reingenommen und trotzdem kann man bei der Variante wegschilden. Man kann nur, wenn man jetzt Light-Maschinen-Garn mit drin hat, das nicht so gut einschätzen, wann man wegschildet. Deswegen kommt hier auch noch SRM mit rein. MRM-Szenen könnt ihr auch reinnehmen, aber ich bevorzuge eher SRM. Und zwar nehmen wir hier SRM 2 mit rein. Das ist, wenn euch jetzt irgendwelche Light-Makes auf den Sack gehen. Also falls ihr wirklich dieses Fun-Bild hier mal ausprobieren wollt. Ich denke mal, dass es da auch sowieso generell große Unterschiede gibt. Also sagen wir mal, zwei Spieler treten gegeneinander an. Einer ist auf Tier 1, der andere ist auf Tier 5. Und beide haben die gleiche Bewaffnung. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Spieler im Tier 1 eher gewinnen wird, als der Spieler, der auf Tier 5 unterwegs ist. Obwohl beide vielleicht den gleichen Mech spielen, die gleiche Bewaffnung haben. Weil der Tier 1 Spieler hat ein besseres Gefühl dafür, wann er wegtwistet, sich umdreht und mit den Armen schildet. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Ich habe jetzt hier auch noch eine Light-Engine mit eingebaut. Munition brauche ich natürlich auch. Okay, jetzt habe ich das ein bisschen blöd gemacht. Zwei Tonnen SRM und eine Tonne LMG. Ich denke mal, so kann man das machen. Man versichtet natürlich jetzt auf ein SRM. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch? Ich überlege gerade, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Hm. Schauen wir mal. Man kann natürlich auch sagen, hey. Ups, das war falsch. SRM 2. Wenn man sagt, hey, ich möchte doch ein bisschen mehr Schaden beim Light-Mech machen. Was natürlich auch irgendwo Sinn macht. Man spielt ja hier immer noch eine Sniper-Variante. Und dann 3 Tonnen SRM und 3 Tonnen LMG. Oder 2 Tonnen. Ist euch aber frei überlassen. Ich mache es jetzt mal so. 3 Tonnen hiervon, 3 Tonnen davon. Es ist eigentlich eher ein bisschen unnötig, 3 Tonnen LMG Ammo mit reinzunehmen. Geschwindigkeit ist auf jeden Fall viel, viel wichtiger. Also was ich jetzt hier zeige, würde ich auf jeden Fall so nicht empfehlen. Also eine Tonne LMG Ammo ist auf jeden Fall interessanter und besser als das, was ich hier mache. Weil für die Sniper-Variante Geschwindigkeit sehr wichtig ist. Ihr müsst wegkommen. Umso schneller, umso besser. Und als Backup-Waffe, man versucht das dann, oder man hofft immer damit, dass man nicht abgefangen wird, dass die Gegner so beschäftigt sind, dass die die Sniper komplett ignorieren. In den meisten Fällen ist das dann auch so. Das ist dann halt so ein Stechen und Pieken und ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn man durchgehend befeuert wird und angegriffen wird. Ich mache hier mal einen Schnitt. So, jetzt probieren wir das Ganze hier einmal aus. Ich finde das sehr interessant, wie das mit den Geschwindigkeiten ist. Zwei Mechs, die aber unterschiedlich schwer sind oder auch unterschiedliche Gewichtklassen haben und gleich schnell sind. Da kann es durchaus sein, dass es bei dem einen Mech schneller wirkt als bei dem anderen. Es kann aber auch sein, ich habe es nicht ausprobiert, dass der eine Mech trotzdem langsamer ist, obwohl beide die gleiche Geschwindigkeit haben, weil er von der Tonnage her und von den Tonnen her schwerer ist. Kann auch sein. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber es wird unterschiedlich dargestellt. Also ich habe da schon oft gesehen, dass zwei Mechs die gleiche Geschwindigkeit haben. Bei dem einen Mech wirkt es halt langsamer und bei dem anderen dann doch sehr schnell. Hier habe ich so vom Bauchgefühl her eher so diesen Eindruck, dass es sehr schnell ist, dass er sehr schnell unterwegs ist. Wie gesagt, ich würde hier sogar auf zwei Tonnen Light Machine Gun versichten und dann mehr auf Tonnage gehen, äh mehr auf die Engine eingehen, also eine schnellere Engine mit einbauen. SRM 2 habe ich hier auch mit eingebaut als Backup-Waffe, falls euch irgendwelche Light Mace auf den Sack gehen und ihr wollt diese Variante so wie ich das jetzt hier demonstriere, so benutzen. Dann zeige ich euch einmal, wie man da am besten vorgeht. Wie gesagt, ihr seid immer noch ein Sniper, der wahrscheinlich in der Maximal-Range versucht zu snipern. Aber es ist auch so eine Art Heranlocken, weil die meisten Light Mace, die auf euch zurennen, wissen ja gar nicht, welche Bewaffnung ihr mit drinne habt. Wenn ihr dann noch Streak SRM habt und noch einen Tag Laser, sehr gefährlich. Dann rennen die nämlich wieder weg. PPC, Streak SRM, sehr böse, sehr sehr böse. Und wie ihr merkt, es macht auch so schon Sinn, Light Machine Gun mit reinzunehmen. Auch wenn, naja, es ging halt nichts anderes. Und trotzdem twiste ich hier immer weg. Also das wäre so die Herangeweise. Ich demonstriere das hier auch nochmal, nur halt mit Light Machine Gun. Ich gehe hier nicht auf Dauerfeuer. Sobald ich das selber abgefeuert habe, twiste ich weg und bin am Schilden. So wird der ganze Kampf dann verlaufen durchgehend. Und dann kommt es auf den Light Mace an. Entweder hat er Bock, euch süß erlegen. Oder ihr habt ihn so erschrocken, weil ihr sehr gut treffen könnt. Dass er wieder verschwindet. Und dann kommt ihr wieder mit PPC. Ganz normal Snipern halt. Kieken und stechen, provocieren, sehr provokant. Sniper sind immer provokant. Man rennt da immer hin als Light Mace. Ich sehe das sehr oft. Oh, der hat PPC. Ich renne da hin, ich muss ihn angreifen. Und wenn es dann ein Light Mace ist, dann habt ihr noch Streak SRM mit drin. Und einen Tech Laser. Autsch. Und falls ein Light Mace euch den Rücken zeigt, könnt ihr natürlich auch Dauerfeuer machen. Dann macht es schon wieder Sinn, einen Light Machine Gun mit reinzunehmen. Jedes Mal, wenn der Gegner den Rücken euch zu zeigt oder er schildet gerade. Dann kann man ja den Dauerbeschuss mit reinnehmen. Es gibt so viele Sachen, auf die man achten kann. Die mir auch erst im Nachhinein bewusst werden. Weil wer wegschildet, sieht ja nicht, was ihr gerade macht. Er kann das gerade nicht einsehen. Ihr könnt stehen bleiben und euer Alpha Strike raushauen. Weil wenn er schildet, ist der Arm ja auch irgendwann weg. Und das sind so Sachen, die mir erst so im Nachhinein klar geworden sind. Und wenn der Arm weg ist, kann er nicht mehr schilden. So. Wenn der Gegner platt gemacht wurde. Mal angenommen, ihr habt jetzt Tech Laser und Streak SRM mit drin. Dann seid ihr schon wieder im Fernkampf. Dahinten steht auch noch ein Gegner. Ihr habt PPC. Patsch. Könnt ihr wieder in Ruhe Snipe haben, bis der nächste Light Mace euch auf den Sack geht. Und dann greift ihr wieder in diesem Moment zu eurem Streak SRM und zu eurem Tech Laser. Gut. Das habe ich jetzt hier nicht mit drin. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber es ist schon ein bisschen mies. Das ist so wirklich. Putt 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 putt. Komm. 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 Ruhig näher. Du lockst ihn mit PPC an. Oh. Er denkt sich. Hohoho. Sniper. Den werde ich jetzt erstmal weg klatschen. Und dann kommt ihr noch mit Streak SRM an. Das ist richtig mies. Kommt mir gerade mal so in den Sinn. So was mal auch in der Richtung zu bauen. Das wäre mega mies, denke ich. Weil ihr dann zwei verschiedene Rollen einnehmt. So. Ich mache hier meinen Schnitt. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020